Nachdenkseiten Die kritische Website Krypto AG und der längst bekannte Coup des Jahrhunderts Wie Medien mit der massenhaften Ausspähung umgehen Von Tobias Riegel Die aktuell thematisierte Spionage durch BND, CIA und Krypto AG Bildet einerseits einen handfesten Skandal Der aber andererseits keineswegs unbekannt war Der Vorgang betrifft außerdem nicht nur die Geheimdienste Sondern auch viele Medien Denn er provoziert eine teils unangemessene und geheuchelte Berichterstattung Der BND und die CIA haben über Jahrzehnte Hintertüren In die Verschlüsselungsgeräte des Weltmarktführers Krypto AG eingebaut Und konnten dadurch die Kommunikation von mehr als 130 Regierungen und Geheimdiensten mitlesen Der BND ist in den 90er Jahren ausgestiegen Die CIA führte die Operation bis 2018 fort Dieser Vorgang ist einerseits ein handfester Skandal Einmal mehr stellt er die Phrasen vom Guten Westen und die aktuelle Aufregung über Einmischungen Etwa in die letzte US-Wahl Auf eine harte Probe und klassifiziert sie als Heuchelei Der Vorgang soll hier nicht das Thema sein Hintergründe dazu finden sich etwa in einem verlinkten Artikel auf Telepolis Und einem weiteren Link findet sich eine Stellungnahme der Linkspartei Hier soll vielmehr der Blick auf den medialen Umgang mit den Ausspähungen gelenkt werden Denn der ist in mehrfacher Weise irritierend Da ist zum einen die fehlende Distanz festzustellen Zahlreiche Medien übernehmen in der Überschrift die CIA-Formulierung Zum Vorgang als Q des Jahrhunderts Diese Formulierung transportiert eine stille Hochachtung vor der Dreistigkeit und dem Erfolg der Operation Die dadurch eher als geglückter Spitzbubenstreich denn als schweres Verbrechen identifiziert wird Unterhalb dieser verzerrenden Überschriften wird teils durchaus Kritik an der Spionagepraxis geübt Aber im Titel spricht etwa der Sender NTV vom Jahrhunderttrick von CIA und BND Die Deutsche Welle nennt es den Geheimdienst-Coup des Jahrhunderts Ebenso das Magazin Focus und zahlreiche andere Medien Die US-Regierung blieb beim Chile-Putsch untätig Zusätzlich wird in direkte Distanz zu mutmaßlichen Verbrechen des Westens geschaffen Etwa in Bezug auf Chile und Argentinien der 70er Jahre Durch die Berichterstattung wird etwa teils der Eindruck erweckt Die US-Regierung sei nicht in die Vorbereitungen des Putsches gegen Salvador Allende in Chile 1973 involviert gewesen Sie sei nur untätig geblieben oder es habe die jetzigen Enthüllungen gebraucht Um erstmals zu beweisen, dass BND und CIA damals gut über die Verbrechen verbündeter lateinamerikanischer Regime im Bild waren Auch wird in Artikeln teils suggeriert, Geheimdiensterkenntnisse seien überhaupt nötig gewesen Um den abgründigen Charakter der Diktaturen wie in Chile und Argentinien prinzipiell einzuschätzen Das sind Mittel, um im Gewand einer nur scheinbaren Anklage oder des Mitwissertums Eigentlich eine Entlastung von einer Mittäterschaft zu erreichen So schreibt Focus, Zitat Und auch Telepolis zitiert diese Interpretation Wer spioniert die deutschen Bürger aus? Ein weiterer Kritikpunkt an der Berichterstattung ist das weitgehende Ausblenden Der Überwachung deutscher Bürger unter anderem durch ausländische Dienste Das man auch gerade im aktuellen Zusammenhang viel stärker betonen müsste Deutsche Spionage im Ausland gilt teilweise als ein Kavaliersdelikt, das jede Nation im Rahmen ihrer Möglichkeit praktiziere Darum lässt sich darüber leichter berichten Die Verbrechen dürfen aktuell sogar verteidigt werden Etwa durch den ehemaligen Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt Bernd Schmidbauer Der gegenüber dem ZDF sagt, das Programm habe sicher dazu beigetragen, dass die Welt ein Stück sicherer geblieben ist Weniger hört man dagegen in großen deutschen Medien von den mutmaßlich bis heute fortgesetzten Ausspähungen der Deutschen durch die CIA und andere US-Dienste Die wird von Medien und Politik anscheinend weitgehend hingenommen, wie Telepolis etwa anlässlich der Affären um Angela Merkels abgehörtes Handy geschrieben hatte Zitat Der ehemalige CIA-Chef Peter Goss hat gegenüber dem ZDF erklärt Natürlich habe Angela Merkel gewusst, dass sie im Visier von NSA und Co. stehe Sie gebe sich nur so empört, weil die deutsche Öffentlichkeit das von ihr erwarte Zitat Ende Weiter kann man kritisieren, dass weitere zwingende Bezüge zur aktuellen Überwachungspraxis unterschlagen werden Werden heute etwa keine Zugänge für Geheimdienste in elektronische Kommunikationsmittel eingebaut? Durch die behutsame Skandalisierung der Krypto AG und die gleichzeitige Vernachlässigung der aktuellen, mutmaßlich erheblich umfangreicheren Überwachungen der weltweiten Kommunikation wird die aktuelle Situation indirekt weiß gewaschen Man könnte als naiver Medienkonsument den Eindruck gewinnen, mit dem Ende der Krypto AG sei auch die internationale Überwachung und Einmischung durch westliche Nationen zu Ende gegangen Zu guter Letzt sei darauf verwiesen, dass die Story lange bekannt ist und auch bereits vor vielen Jahren, etwa in einem verlinkten Spiegelartikel von 1996, darüber berichtet wurde, ohne dass sie in vergleichbarer Weise von zahlreichen großen Medien aufgegriffen worden wäre Spätestens aber hätte man 2015 eine große Story daraus machen können, wie ein älterer verlinkter Artikel auf Infosperber zeigt, der sich auf NSA-Akten zum Thema stützt, die damals bereits veröffentlicht wurden Aktuell stellt das Medium darum in einem weiteren verlinkten Artikel vor allem in Bezug auf die Politik fest Zitat Es ist mal wieder die Stunde der Komödianten Offiziell wusste niemand, was seit langem bekannt ist Zitat Ende Der Blogger Fefe schrieb dazu auf seinem Medium Kontrollierte Veröffentlichung Und SPR zieht auf einem ebenfalls verlinkten Artikel folgende Bilanz Die Fakten zur Schweizer Krypto AG sind schon seit 25 Jahren bekannt, siehe etwa Spiegel 1996 Der aktuelle Wirbel beruht, wie so oft, nicht auf Investigativjournalismus, sondern auf einen zugespielten CIA-Bericht Von wem zugespielt? Von der CIA selbst natürlich Warum? Weil die Operation inzwischen abgeschlossen ist, alle Spuren verwischt sind und nun kontrolliert publiziert werden kann Zitat Ende Es ist teils eine mediale Praxis zu beobachten, die von anderen Vorgängen bekannt ist, wenn diese nicht länger als Verschwörungstheorie diffamiert werden können Erst lange leugnen, dann als normal abtun, schließlich als Enthüllung feiern Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Und wenn Sie sich dort sehen, dann werden Sie einen Daumenau